ja hallo und herzlich willkommen schön dass ihr mit dabei seid hier beim münsterland tv im projekt hospital ja wir sind dabei noch hier so ein bisschen die ich hoffe ja noch die mal abgeschlossen die spezialmodus durchzugehen was haben wurden abgeschlossen zuletzt befragung ja ist aber auch immer noch nicht klar was ist dass ich das mache jetzt keinen sinn lassen wir das mal noch mal okay den haben wir nicht drin aber dann hier noch dazu nehmen die haben wir glaube ich drin okay was noch abgeschlossen das sind wir jetzt gerade waren unsere eigenen patienten so zu sagen das ist gerade nicht denn denn hier hätten wir das kopie mal gucken renoskopie Lass uns die mal versuchen. Mal gucken, was es bringt. Aber ich glaube, ich mach mal das UI noch ein bisschen größer. Also hier das unten, das gefällt mir. Hier unten, das ist so gut. Vielleicht hat das auch schon wieder was gebracht. So, was haben wir jetzt hier? Einiges, ne? Tasten. Abtasten. Abklopfen. Sprache. So, was er sagt. Was hat sie? Aber auch noch nicht wirklich was, ne? Kallensteine. Was ist da mit einem Mutterschall rauskriegen, oder? Ich könnte erstmal die gängige Sache machen hier. Ohren untersuchen, da ist nichts mit Uhren. Das wäre, glaube ich, ultraschall, ne? Wer untersucht die selbe Frau? Okay, da kann man auch mal die Brust untersuchen. Okay. Was würde jetzt hier so als nächstes anstehen? CT. Abtasten, okay. Abtasten hat man das schon irgendwo, oder? Wir haben 19 Seiten hier, ne? Schicken wir sie mal ins CT rein. Ist ja nicht so, dass wir schon so viel ins CT geschickt haben, ne? Die langweilen sich ja. Z1 ist nicht CT, da CT. So, ist schon da. CT. Ok. Nehmen wir das mal, nur direkt mit, das kostet natürlich richtig viel Geld, aber sie ist krank. Mal wieder das Bier noch ein Stück größer, vielleicht erreicht das Auto das Haupt. Guck mal, jetzt haben wir hier was. Das ist sehr gut. Den Patienten, den wir nach Hause schicken können, wobei jeder negative ist. Eher wichtig jetzt gerade. Oh, haben wir hier auch was raus, sehr schön. Das könnte wieder nur. Und das ist wieder nur. Ich glaube, ein anderer Arzt. Nee. Nee. Ah, er kommt jetzt. Okay. Ah, Nasentropfen auch. Okay. Dann übergeben wir es. Ach so. Ah, hier ist auch gut. Ah, guck mal, die können es auch. Okay. Das da hätte ich auch übergeben können. Aber ich glaube, die oben haben weniger zu tun hier. Wir sind übrigens im Plus. Habt ihr schon gesehen? Jetzt hat die Frage, ob wir jetzt eine Situation dafür machen. Achtung. Was ist denn hier los? Dann noch ein Platz einstellen, würde ich sagen. Ähm. Also es kommt mir auch unschärfer vor. Unscharf vor. So. So. So in der ersten Reporter. Guru. Sure. Ich hab das Poli. Für ihre Sachen her die Hitze. deve alles um. Actually, es ist dead. wo es EEGs stehen da war es EEG aber ging nicht so erstmal das machen was wir jetzt haben auch gleich nochmal neu bauen also hier brauchen wir auf jeden Fall noch ein Patientenzimmer würde ich sagen verweisen wir mal nach hier dann können die das hier übernehmen kollabiert ok nichts gegessen wer kann das schreiben ITS da könnt ihr noch nicht auf die ITS rein schicken da könnt ihr schon mal einweisen über die Überwachung ok mach es noch mal abgeschlossen ok sehr gut B steht an hört sich nach Chirurgie an nein nach Orthopädie ja stationäre Aufnahme ok ich wollte hier mal kurz Pause machen dass hier einmal das Ärzte zimmer wie war das ich habe schon lange nicht mehr gebaut ne muss haben wir hier gucken das heißt hier nehmen wir eben das hier ne das mal hier so das sind die Neuen so und dann können wir das nicht hier machen und dann gehen wir hier hin und sagen jetzt hier nachts reicht eine Spezialistin wenn wir hier einstellen und die soll auch dann also beide Spezialisten 92 93 ok nicht da dann können wir ja aufrufen das ist gut nicht da dann können wir ja aufrufen das ist gut hmm oder wie hat der Kech ein Vogel ne ok kann gar nichts machen ne das ist gut ob ich untersuche Alles macht keinen Sinn. Durch die Untersuchung, ob das in das Holz ist, hat jetzt auch keinen Sinn gemacht. Aber das wird hier immer größer, glaube ich, ne? Ja. Ähm. Uh. Und jetzt hier noch. Ja, der findet immer noch das EEG. T1 Bluttest. MRC. Mal versuchen, ob das MRC hinkriegen. Wir haben ja hoffentlich einiges erfahren von Bildgebung. Ähm. Ja, gerade nach Hause. Okay, haben wir wieder was? Ruhe. Gehen wir auf Akku und lassen nochmal hier das geben. So, sehr schön. Maßnahmen abgeschlossen. Also noch einmal keinen Patienten verloren. Ich hoffe, das bleibt auch so. Maßnahmen abgeschlossen. So. Hier. Abtasten. Okay. MRT. Befragung. Haben wir keine Befragung immer? Wagen läuft, glaube ich, noch, ne? Und ansonsten dann MRT. Okay. Wir müssen ja auch was zu tun haben da hinten. Okay. Oh, der ist wie ein Pock. Okay. War auch behandelt. Ja, ich bin auch ein bisschen angeschlagen, aber ich hoffe, dass ich morgen fit bin. So kriegt man hier abhören körperliche Untersuchung. Mal sehen, ob sowas rauskriegt. Körperliche Untersuchung. Also, ob es eine Prellung ist, das wird sie ja herausfinden, denke ich, ne? Abhören. Untersuchen. Okay. Schäfer. So, vielleicht doch noch mal ein Röntgen. Was ist das hier eigentlich? Das müsste MRT sein, ne? So. Hier haben wir auch noch nicht wirklich was neu. Okay. So. Standard schon mal abwiegeln. Na, hier von diesen Mod-Raten haben wir noch nicht viel mit, ne? So, das heißt ja keine Hause. Okay. Das ist der Hauptbereich, den wollte ich doch gar nicht. Die haben wir so ein bisschen Geld annehmen. Ich habe immer das falsch gemacht. So, genau. So, genau. Den wollte ich so lassen. So. Ausnahmen abgeschlossen. War auch noch nicht wirklich was raus, ne? So. 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 Wo würde ich hier untersuchen? Können wir auch schon gemacht, oder? So. 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 Ich habe mich hier echt gewundert, warum das nicht funktioniert. Also das hier unten fand ich ja gut von der Größe her. Ich will halt nur hier, wenn wir jetzt gerade in dem Bereich Assistenz-Ars und so sind. Abgeschlossen. Dass wir hier ein bisschen mehr lesen können und es ist auch schärfer jetzt von der Schrift, ne? Ja. Okay. Ah, da sitzt doch einige draußen. Wir haben es nochmal abgeschlossen. Oh, die finden. Hier? Nein. Hier vorne irgendwo. Oh, da sehe ich noch. Wer macht das? Hier kann das bei einem Arzt hin. Was hättest du gemacht? Ja. So. Den würd ich gern zu. Ja, den erst. Hä? So, ja. So, den. Okay. Ich tipp den ganz an, aber da einer ist so. So, ich hätte gern. So, jetzt haben wir es so. Und da. Ja. Auswertung. Mal hier gucken. Das wegmachen. Diagnostik. Die Plane muss man wohl abgeschlossen. Hand, Prellung, Finger, Fraktur. Da kriege ich bestimmt mit körperlich untersuchen hin, oder? Ob es ein Bruch ist, oder ob es eine Prellung ist. Wenn es verschiedene sind, dann. Die Parler-Infekt. Ja, ich leide mit dir. Und ab nach Hause. Viel Ruhe. Oh, Jäger. So. Und das war die Folge für heute. Ich nehme gleich noch die nächste auf. Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge. Schaut in den Upload-Kalender. Alle zwei oder drei Tage kommt eine neue Folge raus. Ich hoffe, euch gefällt es. Dafür gibt es das weiter. der Protect Hospital. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Alternative. Bis dahin. Tschüss.